RTZL hat gerade verkündet, wie die Dreiergruppen für die zehnte Let's Dance Show aussehen werden. Am Freitag erwarten uns bei Let's Dance die Trio Tänze. Jetzt hat RTL verraten, in welchen Konstellationen die Promis und Profis antreten werden. Let's Dance – Lulu Leve kehrt zurück Die zehnte Entscheidungsshow verspricht bei Let's Dance wieder ordentlich Spannung. Nachdem Mark Keller wie zuvor Toni Bauer aus gesundheitlichen Gründen ausgestiegen war, rückten Lulu Leve und Massimo Sinato, die bereits ausgeschieden waren, nach. Die beiden hatten zwei Tage Zeit, um die Choreografen für ihren Paartanz sowie den Trio Tanz zu lernen. Mal schauen, wie es wird, hielt sich die Segerin vor den ersten Proben bedeckt. Let's Dance – Live aus dem Kölner Musical-Dome Außerdem dürfen wir uns auf ein Novum freuen. Erstmals wird Let's Dance nicht aus dem TV-Studio in Köln-Ossendorf, sondern aus dem Kölner Musical-Dome senden. Die Tanzpaare tanzen im Set und zu Liedern des Musicals Moulin Rouge. Let's Dance – Die Paartänze in Showzehnten auf diese Performances dürfen sich die Fans freuen. Detlef D. Soest und Ekaterina Leonova tanzen Charleston zu. Milord – von Edith Piaf Lulu und Massimo Sinato tanzen Wiener Walzer zu. La Complente de la Butte – von Sass Jana Wosnitzer und Vadim Gabuzov tanzen Cha-Cha-Cha zu. Reiss Your Glass – von Pink Gabriel Kelly und Malika Chomew tanzen Contemporary zu. Your Song – von Elton John Ann-Kathrin Bendixson und Valentin Lusin tanzen Slowfox zu. Tainted Love – von Karen Souze 80- 61- 61- 62-